Kein Plan wie, aber... Ah ja. Ah, ich muss noch irgendwas ausweichen, okay. Ist ja easy. Okay. Ja, cool. Ja, ist echt so ein bisschen High Charity mäßig, ne? Aber ja, warum nicht? Das muss doch voll in den Sack gegangen sein, Alter. Dieses abrupte Anhalten, ey. Au! Okay, 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 war schon richtig. Oh. Der hat zwei, okay. Okay. Ich höre das Signal wieder, Marima eben. Aber wartet mal. So. So. Oh, es war dunkel. Was zum... Was zum... Was passiert denn bitte mit meinem Stase? Okay. Die leuchten ja mal richtig merkwürdig irgendwie. Ey. Wie viel von euch nehmen eigentlich nochmal? Hallo? Langsam reicht's dann aber auch mit euch, oder? Wartet mal. Wartet mal. Ich will so, dass mein Stase komplett voll ist. Hier ist es nicht irgendwie, das Ding würde meine Stase aufladen? Geil, ich sag mal, der komplette Stase verbraucht, nur deswegen. Toll. Okay. Da schon doch irgendwas von auf, sondern aufladen oder einfach nicht? Nee, ey. Wo... Wo ist ich... Achso. Ich dachte eben schon, wo schickt den wir hin? Hey Kava! Ich wette mit diesem super aufgeladenen Effekt, können wir den Necromorps Gliedmaßen per TK abhacken, während sie sich noch bewegen. Perfekt! Danke für den Typ! Was? Voll geil. Das ist ja easy. Das wäre euch nicht schlecht. Nettes Gimmick. Okay. Jo. 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 Jawoll. Ist auch nicht so schwer eigentlich, ne? An sich jetzt. Kapitel 18. Töten oder getötet werden. Wir nähern uns echt dem Ende zu, wa? Hä? Okay. Ich rate mal, ich muss hier lang, oder? Nö. Er zeigt mir dahin zu gehen. Also rate ich mal, ich muss hier lang. Oder anscheinend auch nicht. Hä? Hä? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Okay, ich geh mal dahin, wo er meint, ich soll hingehen. Hoppala. Was ist hier jetzt so besonderes? Was ist denn grade? Warte mal. Okay. Hilft mir nicht im geringsten. Gut, wenn's nach links nicht geht, gehen wir nach rechts. So einfach ist das. Oh, ja. Hallo? Oh. Fuck. So. Ich muss öfter nachladen, merk ich schon. Das Ding schickt mich irgendwo hin. Wo ich nicht hin möchte. Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, sind Sie tief im Herzen der Maschinen. Von hier aus scheint es zwei primäre Konfigurationspunkte zu geben. Einen im Westen, den Sie sicherlich bereits aktiviert haben, und einen anderen im Norden. Wenn alle richtig zusammengesetzt sind, tja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, was damit passiert. Ich kann Ihnen beraten, aufmerksam zu sein. Die Hinweise sind da draußen. Ja. Und, ja. Habe ich noch irgendein... Ne, hab ich nicht. Okay, dann lassen wir das so. Eigentlich wollte ich mal ein paar Medi-Picks herstellen. Ein paar ist gut. Ja, zwei. Ist ja ein paar. Haha. Toll. Super. Mir könnte es nicht besser gehen. Gut, das heißt, wo geht es hin? Nach ganz hinten, ja. Okay, ich muss jetzt irgendwelche Sachen neu ausrichten. Ah ja, ich kann nicht. Oder warte mal. Nee, kann ich nicht. Okay. Ich dachte, ich könnte jetzt ein bisschen Zeit sparen. Abkürzungen und so. Was zum. Da ist noch einer. Da. Oh, ich habe richtig wenig Muni. Oh Gott. Äh. Aha. Aha. Das letzte habe ich nicht gehört. Nochmal, bitte. Okay. Jo. Ich habe. Gar keine Munition gerade. Danke. Das brauche ich gerade mehr als alles andere. Ich glaube. Ich schicke mal hier so ein Sucher-Bot auf. Auf die Suche. Vielleicht kommt der mit ein paar Goodies wieder, ey. Okay. Wir müssen irgendwas neu ausrichten. So viel habe ich verstanden. Das sieht aber auch wieder nach Kampf aus. Nach so einem Kampf auch noch. Oh, ich liebe es. Mach mehr Schaden, verdammt. Ich komme nicht drauf, klar. Nimm Schaden, du Bastard. Dankeschön. Warte mal. Da muss ich gerade hin. Irgendwo hier hin. Damit ich manchmal sehe, wo ich überhaupt hin muss. Folgen die mir bis hierher? Ja, selbst wenn. Ja, sie kommen. Aber hier kann ich, glaube ich, relativ gechillt warten. Hey. Ah, meine Stase war leer. Jetzt ist alles leer. Ich mache es einfach. Scheiß drauf. Kann ich nicht. Ich kann es nicht. Alles ist leer. Ich habe nichts mehr. Ist halt kacke, wenn ich weder Munition noch irgendwas habe. Aber ich glaube, das könnte man sogar echt locker schaffen. Ich ranne einfach mal hin. Und ich werde versuchen, so schnell wie möglich diese Tür zu dechivrieren. Und dann sollte das machbar sein. Ich muss es mir nur schnell merken. Oder da unten steht es auch. Okay. Ach, komm schon. Jetzt folgt ihr mir sofort, ne? Geh weg damit. Lass es doch. Ja. Was soll ich jetzt machen? Habe ich da Spiegel gletscht? So lächerlich. Es ist so lächerlich. Wisst ihr, was das ist? Wartet mal. Ich bin jetzt ein Arschloch. Ich mache mal eben. Wartet. Von dem kleinen Ding hier mache ich mal eben ein Screenshot. Das, was ihr da gehört habt, war jetzt eben mein Programm, mit dem ich Screenshots relativ schnell mache. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sich die Screenshots, also dass sich die Codes nicht ändern. Dann gebe ich die Kacke jetzt schon einfach. Ich habe echt gar keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Tut mir leid. Ich weiß, das wäre wahrscheinlich sogar die einfachere Methode. Aber ich habe da gerade mal gar keinen Bock drauf. Überhaupt nicht. Also, ab geht's. Das ist... Oh, fuck. Ja, cool. Äh... Zwei Striche nach oben, zwei Striche nach unten und dann zwei Seitenstriche, mehr oder weniger. Oh, komm, nerv mich doch nicht. Geh mir nicht auf den Sack, du Stück Scheiße, Gesellschaft, Alter. Du ekelhaftes Drecksding. Okay, wartet. Der ist richtig. Der ist richtig. Der Letzte kommt erst gar nicht. Doch, das war er. Das war er. Okay, der ist richtig. Lass mich durch. Ha. Mein Plan hat Funktion nuckelt, ey. Wie zum Teufel? Geht das denn überhaupt? Achso. Ich muss einfach nur warten, oder wie? Okay, das ist ja geil. Mein Plan hat echt geklappt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Was bist... Ach du Scheiße, was seid ihr denn bitte? Oh ne, das sieht ja mal mega nach Labyrinth aus. So was kann ich ja nicht ab, ne? So ein Schmarrn hasse ich ja. Ach, das ist sowas. Wieder die... Wieder ihr verfickten Drecksviecher. Ernsthaft? Okay, 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 ganz ruhig. Ich werde nicht gegen diese Fickviecher kämpfen. Das schon mal von vornherein. Ich werde versuchen, da hinzurennen. Da muss ich eigentlich nur den scheiß Aufzug aktivieren. Und wahrscheinlich auch warten, bis der Aufzug da ist. Wenn ich jetzt mal richtig rate. Hallo? Mein Maschinengewehr ist zu schwach, um die mit einem Hit zu töten. Tja, er crasht mich erstmal. Ich liebe das Spiel. Okay, 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 alles klar. Ich verstehe schon. Der Sucher-Bot wartet an der Bank, das ist ja toll. Natürlich galt, dass es in dieser Maschine natürlich malen, weil es keine scheiß Bank geben wird. Wie er mich auch sofort trifft, ne? Ich hatte das scheiß Vieh. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Okay, rein. Oh, ich hab's geschafft. Beim zweiten Versuch. Ne, beim dritten. Beim dritten war's, glaub ich. Aber hey. Oh, wir haben sogar noch so einen. Aber dass man nur noch zwei Waffen mitnehmen kann, find ich echt krass. Sind hier irgendwo Medikids? Irgendeins? Ein mittleres Regal? Hm. Immerhin ein kleines. Das wird mir jetzt bestimmt den Arsch retten. Ja, ganz bestimmt wird es das. Was? Was zum... Was machen die beiden Arme jetzt? Ist halt geil, dass ich kein Leben hab und noch dazu so gut wie gar kein Plan, was ich überhaupt zu tun hab, weißt du? Dass mir das Spiel nicht mehr wenigstens irgendwie so einen Anhaltspunkt gibt. Hey, guck mal, du musst das und das machen. Nö. Ich weiß nicht mal ansatzweise, was ich machen soll. Nicht mal ansatzweise. Dann schmeißt es mir noch Munition hinterher, wie ein Behinderter. Dabei brauch ich eigentlich nur einen scheiß Medikid. Ich hab gar keinen Plan, was ich hier machen soll. Ich seh nur so ein komisches Scheißding. Was ich sonst tun muss, kein Plan. Keine Ahnung. Ne, weiß ich echt nicht. Tut mir auch voll leid und so. Aber ich weiß, es ist echt null. So. Oh. Ähm. Oh. Lass mich doch durch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich beende den Part hier, ganz ehrlich. Wir sehen uns dann. Äh, ich werd währenddessen mal lesen, was ich hier überhaupt zu tun hab. Also bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.